Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, wir sind heute unterwegs und reagieren auf den höchsten Fortnite-Turm. Wieder auf dem Kanal BCC Trolling habe ich das Video gefunden. Ich reagiere jetzt nicht auf jedes Video, sonst könnte ich jeden Tag so eine Folge hochladen, sondern ich reagiere auf die Videos, bei denen ich den Titel sehr interessant finde. Und World Thales Tower fand ich doch sehr interessant. Wahrscheinlich Thales, oder? Und wahrscheinlich sehen meine Haare heute richtig gut aus, oder? Lass mal jetzt ein Like da und schreibt in die Kommentare. Bester Friseur. Nein, Spaß. Ich habe wirklich einen guten Friseur. Aber kennt ihr das, Leute? Der Friseur macht die Haare gut. Ihr kommt so nach Hause, seid motiviert. Ey, jetzt mache ich mir die Haare genau so. Ihr steht so vorm Spiegel und sagt so. Bruh. Das sieht irgendwie anders aus. Okay, Leute. Los geht das Video. Schauen wir doch mal rein hier. Okay, Pre-Intro mal wieder. Das ist immer das Besonderste. Okay, das wieder irgendwie auf irgendeiner Sky Base. Easy XP. Alles explodiert. Und er macht wahrscheinlich jetzt einen Kill, oder? Ja, natürlich. Er hat ihn gesnipet. Das ist ja für diesen Kanal schon ein ganz normaler Clip. Intro kommt. Warte, warte. Ihr kennt es, Leute. Es muss jedes Mal so sein, Digga. Okay. Wahrscheinlich, Digga, ihr seid ein paar mehr als einer. Okay. Let's go. Sniping Skills. Easter. Er baut sich eine Base. Der Typ checkt gar nichts da unten. Digga, was ist los mit dem? Das bin ich wahrscheinlich, oder? Das könnte ich so sein, vom Skill her. Ja, das bin ich. Ich glaube, das könnte ich sogar echt gewesen sein. Ja, ist auch auf... Ne, okay, ist PC. Ja, und der wird wieder geschändet und gedemütigt, der Arme. Oh mein Gott. Er hat ein HP, Leute. Er hat... Er hat's fast... Es wäre der... Ich glaube, das wäre der... Also, erstens eine Frage. Wie kam der andere Typ in die Top 2? Also, wie geht das? Das verstehe ich nicht. Und die zweite Frage ist... Wie zum Teufel hat er's fast verkackt, Alter. Also, wie so ein Esel. Hört mal den Esel. Was war mit dem los, Alter? Geil, Mann. Okay. Erstmal ein Jug-Jug. Let's go. Wir haben hier noch 25 Spieler am Leben. Also, ist es gar nichts. Da landet noch einer. Achso, das war ein Jump-Jug. Ohoho. Nein. Nein, Digga. Halt's Maul. Bitte nicht. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich wieder der miese No-Scope ausgepackt. Da hinten baut jemand. Das sieht er. Er springt hier die ganze Zeit hoch. Er macht den 360. No-Scope. Okay, No-Scope nicht. Okay, das war schon mal nice. Okay, aber das war jetzt nicht der überheftigste Clip, ne? Also, das war jetzt der allerheftigste Clip. Okay, Nate. Er haut ab. What the... Hahaha. Er totet ihr nicht, weil man das auch lustig findet, glaube ich. Was machen die da oben, Alter? Jetzt holt er sich ein, oder? Oder er weiß noch nicht so genau. Irgendwie süß, dass er sich jetzt verschont. Der arme letzte Typ, der wieder, wie immer, es gibt immer diesen einen letzten Typen, der noch an... Oh mein Gott. Aus einem Meter gesniped. Irgendwie, gegen diese Über-Tryhards, ne? Ich sehe jetzt zum zweiten Mal schon diesen Namen, dieses TSM-Camils. Ganz ehrlich, wenn ich gegen solche der letzte Spieler wäre, ich glaube, ich würde einfach rausgehen, weil... Was die immer mit denen machen, das ist ja echt... Das ist schon eine Demütigung, irgendwie. Die Armen. Übrig, heute in der Folge leider kein Kaffee, sondern heute habe ich nur ein Wässerchen am Start. So, dann schauen wir doch mal. Auf jeden Fall Solo-Game. Er hat schon acht Kills. Solide Runde. Alter, was geht ab, man? Ich muss mir das nochmal angucken. Aber manchmal sind die Fallen so, dass die voll langsam auslösen und die zerfährt sie absolut heftig, Digga. Guck mal, wie die beiden direkt ausfahren. Heftig, man. Okay. Er wird absolut geschossen, gibt dem Torn sein Leben. Na, noch nicht. Okay, er baut so wie ich ungefähr. Okay, er baut sich hoch. Gibt genaded. Oh, mit diesen Reifen hochgesprungen. Das war nice. Da wird natürlich auch getanzt. Muss sein, Leute. Das war schon nicht schlecht, ne? Okay, da ist der Typ. Er ist der letzte Überlebende. Das heißt, er wird wieder absolut geschändet und vergewaltigt, der Arme. Die bauen sich wieder zu. Ja, die Falle. Oh Gott. Wie die Falle? Wie sie nicht auslösen. Jetzt verlieren wir nicht noch verlieren, das wäre so geil. Warte mal. Warte, warte. Sie haben es verloren. Sie haben es verloren. Das war... Oh mein Gott, ist der Turm hoch. Ey, die Leute sind so lustig drauf, ne? Die bauen sich halt wirklich so einen überhohen Turm. Jetzt geht er wahrscheinlich weg schnell, damit er sich noch einmal umdrehen kann. Alter. Das machen die immer schön im Sturm, damit da keiner mehr dazwischen funkt. Das finde ich nice irgendwie. Aber wie heftig die denn auch gebaut haben. Okay, Ninja ist wieder am Start, Leute. Das muss krass werden. Ein Gegner ist noch am Start. Oh nein, der Arme im Busch. Oh Mann, Ninja steht auch immer auf, wenn er was krasses macht. Auf zum Supply-Job. What the hell? Was passiert da, Mann? Ey, wie geil lacht der aber auch, ne? Ey, das ist übelst buggy, Digga. Was passiert da? Er springt direkt so 1000 Meter hoch. Ja, okay, dann flieg ich da. Der Team hat so ein geiles Lachen, ne? Ey, la balle du Tapin. Alter, ich feier das. Ich feier das. Oh mein Gott, okay. Warte. Geil, Mann. Ey, aber ganz ehrlich, das war so eine Situation, dass es halt auch lächerlich da zu sterben. Oh oh. Oh oh. Das war sogar der letzte. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll der lustige Couch, Alter. Okay, Deutsche. Ich bin gleich da. Die wirst du gegen mich russst. Ich bin gleich da, wenn wir das später gehen. Alter, wie schnell das aber zu zweit geht. Oh mein Gott, Digga, wie brutal das aussieht. Sie haben so die arme Frau verprügelt, Alter. Oh, das ist auch ein heftiger Turm. What the hell? Und der gibt ihm den Trickshot seines... Alles klar, Digga. Natürlich, klar. Okay. Was war das, Digga? Überall noch die Fallschirm-Animationen. Man sah aus... Sah aus wie so ein Pokémon. Wie Latios sah das gerade aus. Okay, er wird natürlich absolut hochgerockt, shotted. Okay. Alter, nein. Er ist wirklich am Start. Er verkackt hat sich nicht. Der andere Gegner hat so gechockt, Mann. Was ist das? Das war mein Essen. Wuh. Mit schönen Geländer getrept, natürlich. Okay, letzter gegen letzten. Oh mein Gott. Holy shit, that was so beast. Let's go. Yes. Gibt ihm den Liebespfeil Trickshot, Alter. Okay, er will den Supply Drop haben. What the hell? Digga, das sieht so gruselig aus. Warum... Es ist, ob... Es ist, ob ein... Es ist, ob ein Typ im Supply Drop steckt, Mann. Ach so, er war vorher down. Ah, okay. Er ist richtig in den Supply Drop gesprochen. Er wollte sich da richtig retten, ey. Geil. Lunchpad? Oh, der Nose-Scope. Mit Alter, heftig. Heftig, Digga. Ja, ich würde sagen, er hat einfach nur fett, die Strecke runtergefallen. Ich habe versucht, die Bäume zu fällen, die absolut alles ausfallen kann. Nein, der Arme. Ah, er ist trotzdem noch gestorben, wenigstens. Okay, der Gegner soll denken, dass... Wow, wie gut hat er die Falle versteckt. Er checkt's nicht. Er checkt... Jetzt hätte ich ihn erschossen. Alter, hätte er jetzt noch verkackt, dass wäre so lustig gewesen. Das war auch ein Xbox-Clip. Okay, einer ist in der Base drin, was wissen die? Wie der eine lacht, was ist los mit ihm? Oh, wie süß irgendwie aber auch, ne? Ich würde ihn irgendwie streicheln. Oh, mein Gott. What the fuck? What the fuck? Einfach so aus der Zone rausgestappt. Okay, der Gunfight ist da. Er baut sich ganz schnell, versucht er zumindest, aber... Okay, hat sie jetzt auch geschafft, sich einen Spot zu suchen? Oh, mein Gott. Er ist so gut wie tot eigentlich. Digga, ich dachte... Alter, das sah so hart aus wie ein epileptischer Anfall. Aber jetzt irgendwie... Er muss so ausgerastet sein von der Konsole, Alter. Der war safe auf Tryhard Plus. Ja. So, okay. Er droppt ihm den Trank. Und das als Deal, dass er weiterleben darf. Wie süß ist das? Ja. Ich wusste, dass er ihn sich noch holen wird. Muss sein. Killgeil. Ich habe nur einen Freund in Fortnite gemacht. Ja, das sind wieder zwei Feinde. Ich hatte zwei Freunde. Ja. Der eine ist schon so bereit für die Exekution. Das war so klar. Das war's schon wieder, Leute. Das ging aber schon wieder schnell, Alter. Aber ich würde sagen, das war eine ziemlich coole Folge. Also hier auf dem Kanal. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Like dafür da. Würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab, wenn ihr das wollt. Und ich bin erstmal raus für heute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.